Wer genau hinschaut, erkennt, wie viel Faszination im Alltäglichen steckt. Selbst unsere Luft entfaltet spannende Augenblicke, wenn man ein Spiel mit ihr beginnt. Die Initiative Haus der kleinen Forscher hat sich zur Aufgabe gemacht, Ideen zu entwickeln, die in Kindern große Neugier wecken. Hier erfahren Erzieher, wie sie auf ganz einfache und spielerische Weise technische Momente in den Alltag von Kindern bringen. Die Idee dabei, wenn Kinder erfahren, wie überraschend die Natur sein kann, werden sie schnell Interesse an den Wissenschaften finden. Kinder und Jugendliche motivieren, das ist deshalb eine der zentralen Aufgaben, an der wir immer wieder mit Pädagogen arbeiten. So initiieren und beteiligen wir uns im Rahmen von besonderen Projekten an Schulen. Die Ausbildungsrallye ist nur eines davon. Für junge Menschen ein Partner sein, sie unterstützen auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Das ist eine Herausforderung, der wir uns immer wieder stellen. Generationenübergreifend denken und dabei immer Menschen miteinander verbinden, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Wo shoe Lafschend будieren? Schweren Sie? Gaussianen Sie? Musik Ja, liebe Musik Und dann gebe ich zu Looking, bis zum Beispiel,EM nutzen du deine Flugzeuge auf anniversary zu machen und erinnimmt. Bis zum nächsten Mal, na wo dann? erna kommt sieuch aufge sitzt. Vielen Dank.